Willkommen zu einer neuen Folge der Culling. Ja das fragt mich echt jetzt. Warum leckt es wieder so? Nur bei dir leckt es. Ich weiß nicht warum. Ich hab das Gefühl, aber nein das hat gerade wirklich geleckt. Ich spüre auch was oder so was, wenn ich deine Stimme höre. Ist das bei dir leckt? Das spürst du, wenn meine... Das ist try again later, oder? Ich weiß nicht, ob das an den FPS liegt, oder? Habe ich auf irgendwas anderes gerade geworfen? Der loot hier schon wieder einer. Ich fühle sich hier irgendwas in meiner Nähe. Aber hier sieht das nicht so doll aus, gerade eben hat das lustig ausgesehen. Da hab ich einfach gar nix hier, das ist so ein Kotzen. Das hab ich gefunden. Gar nix. Reiner gar nix. Da waren zwei Bubs, mehr war da nicht. Ich bin, oh ich bin auch in unserem Haus. Beleidigt. Ich auch. Zwei Stimplex quasi, mehr ist da nicht drin. Da kann ich doch zumindest mal ein Hammer erwarten oder sowas, oder? Ein Hammer. Ein Hammer. Ein paar Hammers. Hammers, genau, sorry. Hammers, nicht Hammers. Die deutsche korrekte Mehrzahl ist Hammers. Das hast du mal nachgeguckt, oder? Ja, ich hab das sogar letztens für das mal eingefallen. Ich hab das echt mal nachgeguckt. Ähm, was hast du nochmal gesagt, die Mehrzahl? Hammers, ne? Die Mehrzahl ist nicht Hammers, die Mehrzahl ist Hammer. Was? Was? Die Mehrzahl ist nicht Hammers? Wirklich? Alter. Das hast du ernst gemeint damals. Ich hab das nicht ernst gemeint, ich bin nicht geistert. Das war ernst. Ich bin nicht geistert. Ich bin nicht geistert. Ich bin nicht geistert. Du bist geistert. Ich bin nicht geistert. Ne, ich bin nicht geistert. Alter, das hieß Hammers. Ich hab, ne, warte kurz, warte. Du bist geistert, ich bin nicht geistert. Du hast mich grad voll erschrocken. Warum gehen wir im Bunker, wenn du fertig bist da? Hammers, ne? Ja. Kennst du das nicht? Hör mal, hör mal, wer der Hammers. Kennst du nicht die Serie? Aber das heißt ja Hämmern, das ist ja einer in der Mitte. Ja, Hammers kann auch für Hämmern stehen. Ja, Hämmern ist aber was du ausführst. Ja, Hammers tust du aber auch. Ich, ich Hammers, du Hammers. Ja, sie äh, ist Hammers. Was war das denn für... Oh, was war das denn für ein Meid? Ich schreie. Oh, was ist denn gekommen, Juni? Oh, keiner hat mich so gerunden. Das ist auch so gehört. Oh, Spieler, das ist eine direkt neben dem Bunker. Ich hab keine Nahkampfwaffe. Oh, ich hab einen Stock... Ah, das war die Tuse. Ich hab einfach mal einen Stock ans Bein geworfen. Ich kann mich Medipacks werfen. Ist das ein Leerschwimmer, ist du hier? Das ist leer. Ach, schade. Ich brauch eine Nahkampfwaffe. Komm zum, äh, Outfitters. Ich hab zwei Medikits. Sieht schon wieder mega scheiße aus für uns. Ja, das war die Runde der Gezeiten jetzt. Pass auf. Ja, und es ist halt kein Sieger, obwohl wir zum Schluss so überlegen waren. Aber wir haben das einfach... Wir sind einfach scheiße. Ne, wir sind zum Schluss einfach viel zu aggressiv. Wir hätten uns einfach in unser Haus setzen sollen. Und warten können, bis das andere Team dann krass... Hab ich noch gesagt, aber nein. Leid dein Maul hast du... Du hast grad eine Steam-Nachricht bekommen, glaub ich. Das heißt ich grade. Ich hab das grad gehört. Sicher? Wirst du auch nicht eingeladen? Was? Wirst du auch nicht eingeladen? Ne, ehrlich nicht. Hinter uns! Boah, der war ja fast weit genug Zimpf. Der hat Fri... Bitte, Nahkampfwaffe. Bitte, 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 bitte. Ach hier, Bo. Ja, nimm ihn doch nicht weg, du maul. Ich hab mir gedacht, das sei eine Nahkampfwaffe. Ich brauch eine. Ich hab was anderes gekauft. Soll mal zum kleinen Bünkerchen gehen? Ne, der ist offen. Schältst du Outfitters. Da ist wahrscheinlich schon alles leer diesmal. Und Sprung! Da holen wir noch mal Pfeile. Flur haben wir überhaupt. Alles klar. Ja, lass das blöde bleiben. Ach, der Typ läuft immer nach hinterher. Ja, dann renn! Jetzt hören wir auch noch wen anders, Tim. Renn! Warte, sind beide Mates hier. Warte, warte, fack! Was hast du komm... Vorsichtig! Das Ding ist vor meinem Liebsten eingeschlagen. Ich hab fast reingelaufen. Da gibt's ja. Das hab ich grade angehört wie ne Halleluja-Granate. Der ist ungelootet. Schnell beeil dich. Die prügeln sich jetzt. Im Eingang liebten Medi, äh, ne Bondage, ne Bondage, genau. Bondage, Junge! Der liebt Bondage! Die liegt ja auf jeden Fall, ich wollt die mal holen. Bondage. Du nimmst die gefällig, okay? Fällig? Ja. Ich dachte, ich auch gleich gefällig, Junge. Hör mal alles. Ich such gerade, man. Oh, ist eine grüne Kiste, bitte. Bisse sei irgendwas machetenartiges drin. Oder irgendwas geiles. Ach, okay, Sprengstoff, das ist okay. Aber ich kann mit dem C4 leider kein Niederprügeln. Ja, ich hab'n Tongva. E'n Tongva. Guck mal. Ich weiß, wie gut ich mit Sprenglafen spielen kann. Nee, es ist kein C4. Das ist ein C4. Ich hab'n Alarm. Ah, ein Alarm. Ich hab'n Alarm! 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 Mein Mongo ist doch keine Frucht. Ah, weh. Einer ist natürlich noch, warum Seefahrer keine Mathematiker werden können. Ich werd' immer von Tag zu Tag behinderten. Ich hab' einfach heute meine lustige Phase in Klammern lustig, in, äh, nicht in Klammern, in Ausführungsstreifen, Zeichen. Ich hab da zu viel Sprengstoff eingesetzt. Ja, aus Versehen. Ja, jetzt sind welche am Kämpfen. Immer noch. Ja, vor mir. Ja, ihr habt nur nen Bogen und nen Stock. Ich werd die niederknüppeln. Ja, warte mal auf mich. Oh, war das ne Explosion oder ein Schuss? Tim. Das war ein Schuss. Boah, hast du denn da? Ja, der ist in meine Kühe immer gelaufen. Hast du die Schmerzen? Ich mach Hilfe, ja, ich mach Hilfe. Ich kann jetzt mal ein Pack rufen. Ich hab keine Ahnung, weil ich für ein Pack hab. Smuggler, okay. Vollkommen unnötig. Ja, als ich bräuchte ich. Ja, nur falsch. Ist das einer nur? Ja, ich glaub schon. Ne, einer steht mal davor. Ja, sind die verlaufen weg. Das kann doch nicht sein. Einen muss ich doch versetzen. Ey, willst du nicht verarschen? Was denn? Ja, was sagt man? Wiss ich hab überhaupt nicht getroffen. Ich hab nicht mehr. Ja, gibt's gar keinen Verkaufautomaten mehr. Ja, was soll das? So, auf oben ist der. Oh, hier liegen zwei Backpicks einfach mal rum. Beinah leicht, ne? Okay. Guck mal, wie krass der innere Bunker aussieht. Also das ist selber Backpick, ne? Ja. Ja. Verlass den mir dann. Ich hab doch gleich gebracht. Er ist auch im Tank gefahren. Der hat einen Pfeil im Brustkorb, das ist leicht unangenehm bestimmt. Nur leicht. Jeder andere hätte die Zähne zusammengebissen und gesagt, scheiß drauf. Ja, scheiß drauf. Mal es nur einmal im Jahr. Scheiß drauf. Polen ist nur einmal im Jahr. Oh, leooole. Ich rufe hinweifchen. Weil ich die Alarmgant haben. Ja, die hab ich verkauft. Die da im Pack drin ist, du Opa. So, ja, ja, klar. Are you a male? Live long and watch your back. Live long and watch your back. Da koftet einer. Ja, scheiß drauf. Wir brauchen unser Pack. Ja, dein Pack dauert aber ewig bis das kommt. Das weißt du, ne? Geht, ne? Geht. Geht? Piers hab ich gesagt. Äh, Piers. Ah, die erste Kugel fust du in den Kopf. Ich lade auch für dich nach und da ist einer, der auf sich schließt. Warum schießt der nie auf dich? Kann mir das meine erklären. Ja, ich weiß. Ah, da kommt einer. Mach Hilfe. Ja, komm. Guck, greißte. Muss ich heilen. Der andere. Da driss ich Backstabbing. Der Brote. Sehe nix weg, Tim. Mach aufbremst. Ja, vorsichtig. Er hat irgendwie Tinten-Fisch. Was? Mach Hilfe. Ich seh nix weg, Tim. Der eine ist weg. Ich seh den, ich seh den einen. Ey. Ich berechne noch extra wie der fucking Schuss fliegt und dann werbe ich trotzdem daneben. Auf dich hole ich noch. Auf dich lass ich dich entkommen, meine Liebe. Du kannst mir beim Back helfen, wenn du willst. Nimm mal Medikit. Der andere ist noch bei mir, Tim. Äh, ja. Ich muss erst mal den Tankfarr wiederholen. Ich hab meinen Tankfarr verlegt. Ich komme. Ja, ist gut. Kannst du mich freuen, wenn du willst. Ey, das kommt. Ja, 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 das kommt. Kann ich wenig Kit haben. Ja, das ist eben selber. Ich muss da selber noch 3 HP geben. Ach so. Cool. Warte, ich mach mir erstmal Rüstung. Die Gure davon gekommen. Hä? Ich stehe nochmal. Aschgeige, so nicht. Das ist wirklich okay. Was ist das für ein Schrei, ey? Ich weiß ja. Tim, hier. Der hatte... Wow, der hatte Billigbogen und ein selbstgekraftes... Selbstgekraftes Rucksack, ey. So, ich würd gern mein Zeug verkaufen gehen, mich dann heilen und dann nachladen gehen. Wow, ist das billig. Direkt der Kugel gefangen hat, die blöde Kugel. He's a bitch. Ah, he's a bitch. Ja, komm, das behalte ich. Wie, wie... Okay, noch zwei Teams zu mir. Jetzt können wir jetzt mal hier zeigen, wie viel Skill wir haben. Ja, das glaubst doch nur du. Willst du den Bogen haben? Ja, warum nicht? Ich muss nur erstmal kurz dingsten. In Richtung Mitte. Was für ein Bogen ist das? Mit... äh, der mittlere. Der mittlere? Ja, ich muss ja erstmal gucken. Der mittlere ist das. So, ich mach das. Und den Manchracker verkaufen. Beep, beep, beep. Beep, beep. Beep, beep. Beep, beep. Beep, beep. Ich könnte natürlich auch jetzt die Dinger craften, aber bin ich grad zu faul für. Hier kommt der Slasher mit Wetter. Von dem Manchracker hat er noch Abflug. Weil den hätte ich eigentlich schon dir geben können. Ist mir grad zu weit, da hab ich eingefallen. Tja. Dann er hat doch seinen Fehlern, gell? Oh, und fast jetzt. Oh, wie das ja mal dunkel wird wie mein Craftel. Das ist ja... Jetzt wird man in den Tunnel reinfangen. Ja, aber ich verkaufe. Ist das verkaufe mal aufgefallen? Ja, das ist auch beim Craftel so. Krass aus, wie man Stock aufm Stock reibt, Junge. Ja, so macht man Pfeil in echt auch. Scheiße, krass. So sieben Kugel, um sie in euch zu versenken. Oh, da kommt man da noch im Hintergrund. Da drobst du ja mal. Ja, komm easy. Komm easy. Ich hab nur ne Tonnen von, ne? Und die Schusswaffe. Ja, komm easy. Ja, komm easy. Ja, easy. Ja, easy, komm. Hast du den Maidwaker noch? Ja, den hab ich gerade weggeworfen. Hm. Hm, alter Tim. Tim ist schon wieder irgendwie jenseits von einem Jahr. Geistig ablesen, ja. Ach, die oberen sind gerade im Pier. Soll ich versuchen oder nicht? Ja, komm easy. Nein, sind sie, die sind... Komm easy. Ich helfe hier. Komm, eine noch. Einer geht noch. Ich hab einfach gar keinen aufgemacht. Ah, hier ist einer. Vorsichtig. Hilfe. Ich krieg Schläge. Wirf wieder mit allem Möglichen. Ja, genau. Headshot. Er lebt nur nach dem Header. Aber ich hab ihn noch überhauen. Ja, ich hab Angst. Ich mach Hilfe. Nachlaufen. Ich kotze mir gerade die Scheißer sind gleich. Ich kotze mir auch gerade die... Ich kotze mir auch gerade die... Was? Kann ich lesen? Lauf schneller. Ich seh nix. Ich seh nix. Warum ist meine Maus weg? Wie viel Schaden macht man denn, wenn man Head up macht? Das macht One Hit mit der Wifi. Weil die... Wieso? Der macht die... Wie viel ist das denn? Doppelten Schaden? 120 Schaden, glaub ich. Jetzt ist meine Maus wieder da. Die macht ja 48 nur noch, ne? Ja, und die macht 128 Schaden Headshot, weil das kritisch ist. Keine Ahnung. Hast du ja gesehen? Ich hab... Du hast es kritisch gehört. Etwa hat der Leben-Bonus drin gehabt, oder? Ich hab... Du hast ja das Pling gehört. Ach, sie ist sehr gay. Sehr gay. Haha, ja. Ähm... Du meinst, wir können doch eine dranhängen, ja, oder? Weiß nicht. Wie lange ist die Folge? Ähm... 10 Minuten irgendwas, glaub ich. Dein Ernst? Ich hab keinen zweiten Bildschirm, ich schätze. Toll Tim, hast du toll gemacht. Ich sagte das vorher, dann hätte ich geguckt. Ja, komm. Eine geht noch, eine geht noch rein. Eine geht noch, eine geht noch rein. Eine geht noch, eine geht noch rein. Wenn wir nicht schon Minuten warten müssen, um hier reinzukommen. Ah, okay, guck. Easy. Hast du gefunden, Franz? 18, Alter. 18. 17. 18. 19. Hm? Was? So. Oh, haha. Boah, wie schön ich mit der Gun rasiert hab, ey. Ja, mit der Gun kennt das jeder. Ja, mit der Gun kennt das jeder. Ja, ich f*** dich. Und du wankerst, wenn ich dich mal nicht lobe, ey. Ja. Jetzt hast du recht, ja, fast. Ich bin bei, äh... Dings. Das ist besser. Ich muss gehen. Coco, äh... Coco Dings und Reda. Coconut tree is... Ne, the coconut nut is a giant. Not when you eat too much, you get very fat. To the cocoa tree. To the cocoa tree. The cocoa palm family. The coconut nut is a giant. I will not pay you, please. Alles klar. Wir sind immer an zu, ey. When you can pay, I will spray. On the cocoa tree. On the cocoa tree. I'll get, glaub ich, Besuch. Copan family. Ja 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 ja. Coco Dings and Reda. Ich hab mal wieder das... ach, fast gar nicht gefunden hier, das geht aber gar nicht. Ich werd grad ein bisschen genatzt. Konzentrier dich, André. Kupal Family, Jajajajajaja. Kupal Family, Jajajajaja. Wenn ihr zu viel essen möchtet, dann haben wir... Ah, das ist Kupal Family, Jajajajaja. Oh, wie weit weg bist du denn bitte? Nein. Wo bist du denn? Tabor? Ach, ach, du bist in die Richtung. Hier, Satelliten? Oder wo bist du? Beim Basketballplatz war ich. What the fuck? Wie prügelt sich irgendein Vibe? Klingt voll erotisch, wenn die stöhnt. Ah! 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 Darauf muss dir keiner abgehen. Das ist natürlich ein Bunker. Oh, da sind Zweierteams schon. Ich glaub, ich verpiss mich lieber. Wer will denn meine Claimer locken? Aber da kommt ja irgendwie einer. Boah, wie die gekostet hat das Vibe, ey. Brrrr! Wann, ey. Alles klar. Wie ich der Weiber Weiber Catchen mache, ey. Wie heißt das denn? Ich würde... Dir ist auch immer was falsch. Ah! Ah! Du hast dich jetzt hinten so stöhnt, dass du... Oh, jetzt hat der alleine wohl... Gift angemacht. Wenn ich eine Chance habe, wenn es okayen, darf ich das? Nur wenn es... Da war das! Nur wenn es 100... Also... Wenn es zu 20% safe ist. Ich kenne dich auch. Ist der Server wieder Buggy? Ne, bei mir läuft alles easy. Kannst du Sachen aufheben und so? Ne. Was ist das? Guck mal, ich kann meinen Hammer... Der Server ist wieder abgeschmiert. Ja, der ist schon wieder abgeschmiert. Ich glaub, die haben die Server ein bisschen in den Arsch gesetzt. Ja, das glaub ich aber auch. Ich kann die Tür nicht mehr auf. Ich komm in die Burka nicht rein! Lass mich in die Burka! Ich kann meinen... äh... mein Hammer werfen und da kommt nur noch wieder. Alter, so ein... So ein Rückkommen. So, Coco, not, not, not so tired! Fuck! Wie das wiederkommt, wie so ein Burma-Range so... Hier, auf der linke Seite. Ich hab grad mit dem Finger drauf umgezogen. Wetter an Observation, ich übernehme. Ich weiß, dass du nix im Ding. Ja, okay, jetzt ist es weg. Okay, jetzt ist es echt weg. Schade. Coco, not, not, is a giant. Not when you eat too much, you get... Jetzt werden wir wieder auf dieselbe Art und Weise ne Folge. Ich weiß nicht, sollen wir... Sollen wir mal ne extra large Folge machen? Genau, genau, genau wie? Extra large, wie? Ja. Ja. Ich glaube, dass wir noch eine Runde angekündigt haben, und dann haben wir wieder so ne Scheiße überrum gekündigt. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Boah, ich mach mir das Lied jetzt mal an. Du könntest das Lied ja so im Hintergrund laufen lassen. Das gibt mir schon Copyright Strike. Nee, das ist ja nur so ein... Ich kenne das gerade. Kannst du den Leuten mal zeigen, wie awesome das Lied ist? Wo ist denn... Ist der da? Das geht ja nicht. Du musst das schon finden, ne? Ja, ich geb gerade einfach ein Stück Songtext ein, das scheint besser zu funktionieren. Kriegen wir eigentlich... Nicht, dass wir gleich das Strike kriegen gegen die an den ersten Strike Anriss verschulden. Wer den ersten Strike verursacht, muss den anderen eine ausgeben. Was heißt ein Strike? Ja, dass wir gestrikt werden. Also ein Strike. Wie ein Strike, hä? Ja, ein Strike. Man kann durch verschiedene Sachen Strike kriegen. Wenn man dry... Ja, dry. Dry. Hier ist es. Ja. Strikes hat, dann wird man gekickt. Ich hab... Wie gekickt? Hä? Ja, wie heißt es jetzt? Ne, ich sollte das nicht öffnen, das ist nicht so gut. Doch, öffne das. Dann wird man gestrikt und dann wird der Kanal gelöscht. Dry. Komm, Barkeeper, ähm... Ja, komm, warte... Lass uns den Ball mal so ein bisschen leise mit der Rottlau. Komm schon. Ne, ich will keinen Strike haben. Das ist für mich. Aber für André, komm. Ja. Muss aber nur die ganze Zeit leise mit der Rottlau. Ja. Ja. Alles klar. Das ist aber... Ja, das ist aber... Das ist so, was muss ich das denn... Wie viel wir gestrikt werden, ne. Was ist klar? Ask la... ...of the Coco Tree Ich bin der Kuss. Ich bin der Kuss. Das ist klar. Aber ich bin der Kuss. Ich bin der Kuss. Ja, 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 ja. Ich bin der Kuss. Merde. Aber ich bin der Kuss. Ich bin der Kuss. Der Kuss ist ein Kuss. Es ist ein Kuss. Der Kuss ist ein Kuss. Ich bin der Kuss. Oh Alles klar Ich bin neuer Video dabei WTF Alter feier, woos, wenn ich besitze, feiern, woos auf de kocotrii ja ich weiss alles klar auf de kocotrii, kommt halt, ist lust soll ich das Video gerade gucken? ja was das war aufnehmen, oder? you eat too much, you get very loud somebody's bad this is not a nut coconut nut is a giant nut ah, ist klar, ich muss das jetzt beenden, weil sonst coconut nut is a giant nut ja, das ist doch ein bisschen, wenn du hören, Tim ne wir müssen auch sehr, sehr lustig hier ist was drin, Tim ja ich komme wir werden so easiges Strikes, ich merk's schon überhaupt so einer, Tim beide bei Weimar, Tim, das sind bestimmt Männer ja, ich weiss komm, prügelt sie nieder bei mir flackert Hilt hilf ich, werd gedingst das ist grad von beiden auf ihn getest da kommt noch mehr oh gott oh le heiz sie weg von mir Oh, da wird, oh, da wird wer ganz besiegt. Geh sie holen. Mach du, ich heim mich dann ein bisschen. Komm, mach nicht vor der Mitte, Tim. Ich werde auch gleich noch Besuch haben hier. Ich seh nichts mehr, Hilfe! Oh, da ist Gift! Ich seh nichts! Lauf, Tim! Ich seh nichts! Mach Hilfe! Ich hab sie. Oh, die holen gleich zusammen. Oh, da ist ganz gut bei dir. Oh, der Gift hat zusammen. Nein! Nein! Sackgastan, rennen! Ich hab sie. Oh, ne Gift. Du bist immer nach deiner Ruhe! Dein Gift ist lecker, ne? Herrschmer! Nein! Nein! Ach! Ich wollte meinen Speer wiederholen. Oh, da ist ein anderes Lied angegangen, ich bin gerade mal. Was ist angegangen? Ein anderes Lied, das Folgevideo. Ach so. Hast du nicht Auto-Playout? Ne, normalerweise nicht. Das fackt so ab, weil der Kopf... Du bist so ein Kern-Mongo, ne? Er hat doch funktioniert. Die haben einen Kill geholt. Sind zwar beide fast scheintot, aber... Ja, aber das... Alter, ich bin fast tot. Wieso soll das gestrikt werden? Ja, weil... Keine Ahnung. Wir kriegen Easy-Strike. Das Lied ist doch irgendwie Fan-Mate, oder nicht? Das ist doch kein... Ja, also kein... Ja, trotzdem. Das hat ja einer gemacht. Das ist genauso, als würden wir das End-Wort sagen, oder... Keine Ahnung. Ja, wieso wählt ihr denn das End-Wort? Warum damit das nicht sagen? Welches End-Wort meinst du denn? Du weißt genau welches End-Wort ich meine. Welches denn? Nigerianer? Ja, ich meine Nigeria. Ach, Nigeria. Wie sagst du... Das ist immer noch einer, Tim. Ich weiß, ich muss mich aber trotzdem heilen mit 5 HP. Mach durch. Ich trau's nicht. Ich trau's nicht. Ach, pass auf die Augen. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Vertrau dir nie wieder. Ich kann dir gerne eine Alarm gerne in die Seite schießen. Nein, danke. Dann leuchtest du dann so. Dann machst du so wunderschöne Musikgeräusche. Boah, dieser Schrei, ey! Boah, die Weile war schreinlich geil. Das war jetzt mal ein richtiger Schmerzhafter schrein. Das ist so komisch geilen Schrei, aber. Oh, da kommt so eine Leute zu uns hin. Ne, grüle sich. Ja, komm, lass die holen. Hier holst ich die. Ich bin... Oh, ich spring gleich daneben. Ey, gut. Ich bin vorne auf dem Haus. Hinter uns auf dem Haus. Ich weiß, bin hinter dir. Boah, die... Oh, wie sieht der denn aus? Ich hab nichts. Da, jetzt dich. Vorsichtig. Nicht heilen lassen. Komm, werf. Ey, bin nix. Boah, die ist halt richtig geschluckt. Easy gekillt. Oh, das gibt's nicht. Ich kann nochmal... Oh! Ich glaub, wie rufen wir denn her? Oh, ich hätt schon fast geautet. Wie ist das vom Gift raus? Nein. Die stirbt, die stirbt. Easy. Ja, die wird vergiften. Ja, aber das ist leider nicht unser Kill dann. Ja, ich hab 100 Punkte, Tim. Mach mal ne Kiste... Ach nein, du kannst... Lass, da kommen zwei! Mach die Kiste auf! Hinter dir! Oh oh, ich seh sie. War drin? Oh n Schuss, oh n Schuss. Oh n Schuss. Komm, hier, bitte weg. Fuck, jetzt kann ich mir auch keine Knarre bekommen. Ich muss mir ohne Knarre gewinnen. Ja komm. Easy. Müsst du mir nen Billigbogen machen, dann... Soll ich die Kiste auch noch aufmachen? Na komm, warum nicht? Warum nicht nen Bogen oder so? Oder Waffe? Äh... Kann ich hab? Kann ich hab? Ja, nimm. Hast du denn ne Nacka-Waffe? Ja, mach jeden. Und Tonfa. Alles verkauf schon jetzt mit Bogen. Mit Sklaff. Das Kokuri war früher... Oh, schneller. Dafür, dass das die 3 ist, ist das ziemlich langsam. Mal Stein, Stein, Holz, Holz, ne? Ja. Einmal Platz. Sieht grad nicht gut aus. Ja komm, wir machen das trotzdem. Die Entfarm uns zwar... Wart's zwar cool, die töten, aber... Ja, oben ist noch ungelootet. Rote Kiste, rote Kiste, rote Kiste. Need the Sprenger Staff. Haben wir nicht irgendwo nen Fass gehabt? Doch, ist nen Fass. Der war eigentlich jetzt schon gelootet. Sollst du sie hoch ins Fenster werfen? Ja. Wo ist die oben? Ja, ne, ich bin oben, ja. Warte mal, grün, grün, warte. Fuck, die Decke! Die ist aber nicht da! Dann musst du noch eins machen, du Obra. Ja, ja. Warte, ich muss uns die Alarm hat verkauft. Ich dachte... Ach ja, vergesst, dass du die so nicht werfen kannst. Ja, bist du ein Mongo, ne? Ja, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man... Ja, das stimmt. Kannst du eins machen? Da ist das Fass. Ach nee, wie kann man so dämlich sein? Das gibt's gar nicht. Ich frag... Ich hab nicht gefunden, ob ich sie ins Fenster werfen kann. Hast du gesagt, ja. Ja, du kannst es auch mit... Da hab ich gerade drüber nachgedacht. Du kannst auch mit... Mit der normalen Werftaste kannst du das werfen. Nein, kannst du nicht. Sicher? Ja, sicher. Ich hab's doch einfach mit mittlerer Maustaste gemacht. Tatsache. Krass, ne? Tomahawk. Tu bloß weg, das Ding. Für's ist es werf. Ja, ich werf's auch. Da kommt ein Air-Drop. Weit weg oder nach? Über uns ungefähr. Ach, fuck. Ich seh... Hör doch. Ist er denn? Wo ist er denn? Ich seh nicht. Der ist gerade weggeflogen. Die looten da. Komm, lass die machen, bevor die das holen. Bin aber lowlife, ne? Ja, warum hast du dich nicht geheilt? Ich hab keine Punkte mehr. Ich hab's versucht mit den Pfeilen zu arbeiten. Wie weit ist das weg? Oder nah? Na, hier war das. Wo wo? Wenn ich dich nicht mehr höre, deswegen. Da sindste. Die quafften sich Waffen. Wir haben da was gegen. Ich hab da entnehmen geworfen. Ich bin... Oh, der hat ein SMG, freundlich. Wenn's geht, lass mich davon treffen. So, dass... Äh... Oh, der... Die ist auf mich, Tim. Du musst ihn entwappnen. Du rennst aber ruhig von ihm weg, ey. Ich weiß nicht, wo der ist. Da ist er. Ich bin recht tot, Tim. Wo küsst du dich sowas von? Ich kann den nicht werfen. Ja, ich bin fast tot, Tim. Ist ja auch nix. Ich bin low, die so... Ja, sag mir das mal. Ich hab ein HP. Komm, du machst das. Ja, wie der? Ich hab auch noch ein HP gehabt, weißt. Uh, der hatte diesen Speer. Voll geil. Der sah ja voll Hammer aus. Ich hab noch nicht gesehen. Ich hab noch nicht einmal so'n Speer gesehen. Der eine hat so einen. Guck mal. Ich hab keine Chance. Ich hab einfach keine Ausrüstung. Der sieht ja cool aus. Hätten wir nicht so viel Leben bei diesem Bitchfighting verloren. Hätten wir so gemacht. Schade. Ja, das ist echt schade. Das ist echt schade, ja. Ja. Ja, schade. 332 Stavage, einen Kill hab ich gemacht. Ja, der hat auch... Der hat auch Speed Spare, der hat nicht... Backstep. Na ja. Würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, obwohl Tim ja aufnimmt. Ah, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Genau, haut rein. Ciao.